Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Ideen, die mit Immobilien oder dem eigenen Heim zu tun haben, sind wahrscheinlich genau das Richtige für Sie. Die Informationen zu diesen Themen sind brandaktuell. Sie können in diesen Bereichen sehr erfolgreich sein, entweder durch Arbeit oder durch Investitionen. Gesundheit Die heutige Ausrichtung der Planeten drängt Sie dazu, Ihre Absichten auf etwas Physisches und Reales zu richten. Eine Möglichkeit, dies zum Ausdruck zu bringen, ist, dass Sie anfangen, Ihre körperliche Gesundheit ernst zu nehmen. Finden Sie immer noch Ausreden, anstatt sich regelmäßig zu bewegen. Trinken Sie genug Wasser, um immer ausreichend hydriert zu sein? Achten Sie beim Einkaufen auf gesunde Lebensmittel. Gesunde Gewohnheiten können sich während dieser Zeit entwickeln. Liebe Wenn Sie leidenschaftliche Momente haben, zeigen Sie diese nicht oft, außer in den privatesten Situationen. Sie lassen sie nur ungern in der Öffentlichkeit heraushängen. Deshalb könnte Ihr Verhalten heute für andere peinlich sein. Was Sie so hemmungslos und mutig macht, wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, ist die plötzliche Unbekümmertheit darüber, was andere denken. Machen Sie das Beste daraus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!